Jo moin, in diesem Video versuchen wir im neuen Projekt ungeschlagen auf die 3000 Tufel inzwischen. Wenn ihr keine weiteren Videos von diesem Projekt verpassen wollt, könnt ihr sehr sehr gerne den Kanal kostenlos abonnieren. Es wird extrem geil, weil wenn wir Level 8 sind, haben wir die Möglichkeit uns 14.000 Juwelen zu kaufen und damit werden wir versuchen die Challenges zu grinden, uns weiter zu verbessern von den Leveln her, von den Karten her und dann wollen wir langsam Richtung 4000, Richtung 5000, Richtung 6000 und dann irgendwann auch die 7000 Tufel schaffen. Wie ihr schnell denkt ihr, werden wir 7000 Tufel schaffen, wie ihr schnell denkt ihr, werden wir Level 8 kommen. Wir dürfen uns alle Arenaangebote kaufen, wir dürfen uns 14.000 Juwelen holen, sobald wir Level 8 sind, wir dürfen uns durch den Battle Pass holen. Dieses Projekt macht mir extrem viel Spaß, danke für euer Feedback auf die ersten Folge. Wenn ihr keine weiteren Videos hier verpassen wollt, gerne Feedback-Tipps, Leute, Feedback-Tipps gerne in die Kommentare, würde ich euch extrem freuen. Wie lange soll das Video sein? Wie viel Gameplay wollt ihr sehen? Interessiert ihr euch das Gameplay auch von 2000 bis 3000 bis 4000 und ist ihr euch das Gameplay da oder ist für euch eher wichtiger die Truhen, beziehungsweise die Battle Pass Truhen allgemein, die Truhen im Trophäenfall? Das ist vielleicht interessanter, weil ich glaube ich habe es bisher so gemacht, immer wenn wir auf die neue Arena kommen, schneidet das Gameplay rein bis das Ende vom Gameplay, weil ich denke es ist bisher auch nicht so interessant, natürlich wenn wir dann auf 4000 Trophäen sind und dann richtig hoch grinden und gegenüber Level 8 die Gegner vielleicht spielen sollten. Werde ich ein bisschen mehr Gameplay nehmen, auch wenn wir Grand Challenge natürlich spielen, aber dazu gerne mal Feedback in die Kommentare und ich würde sagen Leute, wenn ihr mich noch im Shop supporten wollt, würde ich das extrem freuen, einfach ganz nach unten scrollen, Code Morten eingeben, würde mich richtig extrem freuen. Ich wünsche jetzt wirklich viel Spaß mit dem Video, gerne Verbesserungsvorschläge in die Kommentare von Schneiderstil, wie gesagt, wie viel Gameplay, wie viel Opening Stuff, wie viel Unterhaltung reingaben sollen, dann wünsche ich jetzt wirklich viel Spaß mit den Highlights. Wir starten jetzt und öffnen erstmal die ganzen Kisten hier. Ich würde sagen, wir öffnen die ganzen Kisten hier, kollekten wir hier kurz das Gold, scheint die Reue wie kurz freigeschaltet. Das sehe ich, das sehe ich mich. Gold, Barbarians Flying Machine, Gold, Barbarians Kobolde, okay, und hier nehmen wir es auch mit. Ich würde sagen, wir haben dieses Deck hier, wir haben den Mega Knight in der letzten Folge bekommen, wir haben den Hunter auf 7, Prinz auf 8, Nackthexe auf Frisch bekommen, wir werden mit diesem Deck mal ein bisschen reinspringen, die Ölsche, würde ich sagen. Wir springen rein, 3000 Pokal ist das Ziel, los geht's. Maribu, ach, haut einfach 50 Euro raus und schreibt, gönn's dir, Junge, what the fuck, man, das ist so viel Geld, vielen, vielen Dank für 50 Euro, Junge. Vielen, vielen Dank, Mann. Und wir gewinnen das nächste Spiel, damit sind wir jetzt auf den 2003 Arena, wir sind jetzt in Frozen Peak, nächste Arena erreicht, let's go. Let's go. Morden, die wir in den Chat, genau. Geil, die wir in den Chat, 2.300 Euro erreicht, let's go, nächste Arena, let's go, nächste Arena, nächste Arena erreicht, sehr, sehr, geil. Sehr, sehr gut, Jungs. Warum kriegen wir eigentlich für 3 Kronen, 6 Kronen, hier verdoppelt sich das irgendwie, fällt mir ganz auf. Gold, James, Goblins, Files, Megamen, okay, den Schweizer nehmen wir mit, Pure Cups. Oh, das nehmen wir auch mit. Okay, war eine ganz okay, Kiste 2 und 3 auf ihn klappt, let's go. Pekka-Hexe, holy shit, alter. Prinz an die Brücke und wir hoffen einfach, dass er nichts hat, das ist der Plan. Ja, aber das ist nicht so geil, holy shit, das könnte unsere ersten Niederlage sein. Ich fühle dich nicht. Ich fühle dich nicht. Hunter. Schwierig, Jungs, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich müsste jetzt irgendwie versuchen, den Pekka irgendwie zu killen. Der Pusche muss es werden, Jungs. Der Pusche muss es jetzt werden. Jump rein in die Hülsch. Sepp und jetzt der Prinz. Nein, ich dachte schon, wir kriegen jetzt den Turm. Oh, weiter rein jetzt. Oh mein Gott, so knapp. Gehören jetzt den Turm. Wir sind zurück, Jungs. Wir sind zurück. Wir sind zurück, Jungs. Mengen hat einen Knick. Jetzt relativ wenig Elixier, relativ wenig Elixier. Nein, ich spiele in dem Moment die Skami. Was ist das für eine Anlaki? Scheiße gerade. Oh mein Gott. Feuerball rein. Die einfach so Pekka nicht knicken, okay? Nein. Das ist der erste Lose. Das ist der erste Lose, Jungs. Schade, Marmelade. Das ist leider der erste Lose, Jungs. Kann man eigentlich so ein Lurch sein und so eklig Clash Royale spielen, Junge? Aber jetzt, Junge. Der gekauften, was? Oh Mann. Jetzt aber. Jetzt aber, Jungs. Let's go. Oh, nächstes Game gewonnen, Alter. Der hat hier aber rumgeschwitzt, obwohl er schon verloren hatte, Alter. Geil. Geil. Sehr klar. Sehr, sehr, sehr nice. Plus 90 Trophäen. Weiter geht's. Oh, wir können... Oh, nächstes. Wir sind jetzt schon mittlerweile Level 30. Wir haben den Battle Pass auch bald durch. Holy shit, okay. Level 30 mittlerweile beim Battle Pass. Sehr, sehr geil. Earthquake Giant Masketeer, okay. Okay. Nehmen wir mit, Jungs. Sehr, sehr geil. Level 30. Wie? Das Musketier auch bei Level 9. Das Musketier einfach bald Turnierstar. Das ist halt schon frech. Geil. Geil, geil, geil. Musketier geht einfach Richtung Stufe 9. Sehr, sehr gut ist das Game. Sehr, sehr gut. Na, ich stehe hinter. Und hier haben so viele kleine Videos. Freut mich. Danke dir. Dass ich dir helfen kann. Wir gehen weiter rein. Es juckt mich nicht. Gleich ein Print noch rein in die Uelch. Selbe ist Ready, falls ein Skarmy kommt. Okay, da kann ich mich jetzt nicht aufwäldern. Da bin ich mir richtig sicher. Ein Hit. Plus Feuerwehr sollte reichen. Sehr, sehr gut. Nächster Win. King Fabi hat Gewees ab und vierten Monat mittlerweile auch schon. Bitch, ich spreche. Vielen, vielen Dank für den vierten Monat. Wer schreibt hier über die Erwerbung stehen. Danke für den vierten Mann. Danke für 43. Unfassbare Subs. Der Song heißt Say Goodbye. Miss Game. Ein Game jetzt noch für die 3.000 Trophäen. Wir kriegen eine Giant Chest. Wichtig. Gold. Ballon. Ice Golem. Skellis. Und jetzt noch was vernünftiges. Walken ist eine gute Truhe, würde ich sagen. Ja. Lässt sich mitarbeiten. Lässt sich mitarbeiten. Ein Game noch für die 3.000. Let's go. Let's go. Nach pushen wir leider, Jungs. Danach pushen wir leider auf meinen Account. Schwiegen eine Bottle. M.K. Junge Oli Wiebers, das geht heute, Legende. Das sieht gut aus, Jungs. Das sieht extrem gut aus. Das sieht extrem aus. Wir sollten das Game gewonnen haben. Damit haben wir die 3.000 Trophäen geknackt. Geil. Richtig, richtig geil. Sehr, sehr gut. 1.000 Trophäen hat knapp 4,5 Stunden spielen. Äh, ja. 3.000 Trophäen hat knapp 4,5 Stunden spielen. Das schmeckt. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, Jungs. Sepp drauf. Geil. Das schmeckt. Das schmeckt. Das schmeckt. Das schmeckt. 3.000 Trophäen, Jungs. 3.000 Trophäen. Richtig geil. Richtig, richtig geil. Sehr, sehr gut, Jungs. Da ist es. 3.000 Trophäen. Sehr gut.